Da läuft doch einer, Alter, da läuft einer, ich kann nicht, ich muss nachladen, oh, ich geh hoch. Das glaub ich erst, wenn ich tot bin. Au, 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 au. Ah, da oben sind sie, ich seh sie. Die holen wir uns jetzt. Fällig egal, fällig egal. Ja, Killer packt die Sniper aus, Sniper-Aktar. Ja! Wow, hallo. So, der Pe-de... Der alte Neck ist weg. Na, 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 na. Schnell weg hier. Komm her, crazy freak. Crazy freak, you're dead, bro. What happened? Ah, ha, ha, ha. Uh, oh. Oh. Oh, das ist ein Header? Wow, 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 du. Was? Moment. Das war einer von uns. Ah, ah, nein, nein, hallo. Scheiße. Der Lern-Affa hat mich gepibbelt. Ich bin überleuchtet. Nein, ich bin überblendet. Nein. Schaut doch mal bitte, äh, da unten bei den ganzen Kanälen vorbei. Das sind nämlich alle, die mitgemacht haben. Guck mal rein. Mensch, guck doch mal rein. Und ihr könnt da auch stehen. Oh, 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 oh. Ich bin nicht in der Konsole. Ja, Konsole. Oh, oh, oh. Ah. Die Konsole. Bin die Konsole. Oh, Mann, ich hab sie verschmissen. Aber ich hab die Kass getroffen. Oh, nein. Bailing. Bailies. Bailies, bleib stehen. Ich muss helfen, aber ich gern nicht helfen. Wisch. Das glaub ich aber auch erst, wenn ich tot bin. Shit, 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 shit. Steh auf, Soldat. Zieh dir was auf. Da läuft doch einer. Alter, da läuft einer. Ich kann nicht mehr, ich muss nachladen. Oh, ich geh hoch. Gar keiner mehr da, gar keiner mehr da. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, GAAAALS. Oh, Gott. Weg, 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 weg. Oh, oh, oh. Medikid, Medikid. Krass, krass, krass. Bailies, hast du schon geholt, den Feind. Ha? Schmeiß. Alter. Ich hab voll Angst gerade. Kass. Sorry, ich hab schon wieder Kass gekillt. Ich kille immer die gleiche. Dort, nimm doch nochmal einen Medi-Pack von mir. Komm, da ist noch eins. Hier, Moment mal. Ja. Oh. Oh, wow, 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 wow. Lass mich halt zur Seite. Okay, okay. Shit, ich konnte keinen mehr aufheben. Sorry, Leute. Es ist so... Ihr seht ja, ihr seht ja hier, wie hektisch es ist. Ihr denkt mich jetzt, fuck, was macht Killer da oben? Boah, der da ist, aber nein, ich bin hier wirklich am Arbeiten. Ah, scheiße. Warte, ne, wo? Äh, die Gebäude könnten auch komplett einstürzen, ne? Also, äh, auch die großen, alle, ja, alle. Aber hier schießt bestimmt keiner mehr drauf. Moment. Ah. Versteckt. Versteckt. Das zählt nicht mehr. Ach ja, genau, noch eine Information, Leute. Bros and Sis, Brothers, Bro... Das... Bros... Bros and Sis hört sich komisch an Bros. Das hört sich behämmert an, sind wir mal ehrlich. Und Brothers kann man nicht... Brothers ist auch kacke. Hey, hey, hey. Hey. Hey, Film. Äh, ich mein, Arctic Fo... Arctic Fox. Juhu. Rechts ist einer. Der hat mich kaputt gemacht. Das war der Arctic. Was haltet ihr von Kindern? Ich finde das voll lustig einfach immer. Hey, Kinder. Hey. Hey. Hi, Kids. Hey, Kinder. Na, alles klar, Kinder. Das mache ich ja eh gerne, wenn ich auf den Teams-Service-Server gehe oder so. Äh, hey, Kinder. Ich finde, das hat was, oder? Ich glaube, das lasse ich so. Ich sage einfach, ich grüte einfach immer mit, hey, Kinder, euch Zuschauer. Also, egal wie alt ihr seid, egal wie klein, groß, dick, dünn, kindlich oder nicht, kindlich. Aua, aua, aua. Da ist jemand mit Kindern nicht zufrieden, eindeutig. Ich habe einen feindlichen Flieger. Ja, freu dich, freu dich mit einem Flieger. Hey, hey. Okay, crazy freak. Get this, crazy freak. Neh mir Hilfe, Film. Hey, Film, mit mir Hilfe. Hier. Boah, ich habe Spailing ins Gesicht geschmissen. Äh, Barley Young. Killer, was ist da los mit der KD? Warum? Alter, 10-3, was ist mit mir los? Ich bin hingefallen wahrscheinlich. Wodkir, Wodkir. Ich merke einfach, wie mich die russischen Gene durchrüsseln. Durchrüsseln. Oh, fuck, Leute, Helikopter. Shit, bro. Ich kann mich hier. Oh, fuck, hast du ihn? Ja, nice, Rolling Batcat. Nice. Dann kommt keiner vorbei, weil wir die harten Schniegel sind. Haben wir das nicht einen ultimative Namen? Die harten Schniegel? Oder doch lieber den Schlag. Oh, 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 oh. Erstmal hinsetzen und das Rolling Cat erledigen lassen. Ja, Batcat macht dich. Batcat hinter dir. Batcat! Oh, willst du knifen? Oh, scheiße, sorry. Please, I'm sorry, Sarah. Batcat, wir haben hier ein Problem. Wir haben hier ein Problem. Und zwar, Balain geht voll ab, aber wir nicht. Aber da kommt er, da kommt er, der Retter, der Retter, der Rettlosechen. Da ist einer. Da ist er gelaufen. Wo ist er hier? Ich weiß es nicht. Oh, Leute, Sniper, ich habe Angst. Geh mir weg. Geh mir lieber weg. Team, ich habe Angst. Wir gehen zurück. Rückzug, Team, Rückzug. Nein. Ah, ah, bitte, bitte nicht. Ja, wie geil, Balain. Bing, 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 ring, ring, ding, ding, ding. Ich bin sowas von am Start. So, wo ist der verkackte Sniper? Wo ist er hier? Oh, Balain, du kannst aber fliegen, oder? Bing, 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 ding, 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 ding. Hast du mal einen Euro? Hast du mal einen Euro, mein Freund? Nicht schlecht. So krass, dass ich sogar schon spucke. Mir kommt schon. Hey. Oh, guck mal. Oh, ja. So, wo bist du nochmal gewesen, mein Euro-Freund? Und schon hat er sich verkrochen, der gute. Der gute, alte Schniedelwurst-König. Bis zum nächsten Mal.